So Jansky, was hat Jansky denn schönes gebastelt für uns? Was hat Jansky gebaut? Welches Rennen? Oh, Gambals Kryptonit. Gambals Kryptonit. Na dann mal los. Wollen wir Leute und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge Gambals fliegt über Schifern. Aua. Salto. Gambals fliegt die Massen. Und Gambals fährt in die Box. Ich hab den Piddlewitter nicht reingehört. Nein. Yo, pass auf, pass auf, pass auf. Yo, yo. Hallo. Was? Oha. Was ist das Ganze passiert? Was ist das Ganze passiert? Was passiert hier, Junge? Ich hab mich schon so tot gesehen. Ich hab ein Zehntel Schaden. Verlaps, Sirius. Oder ich... Ja, was ist das denn hier für eine Scheiße? Die Strecke kannst du noch nicht mehr fahren. Junge, du wirst die Strecke ja wirklich fahren wie in Reelife. Einfach außendrum. Du kannst ja nicht mehr drüber fahren. Ja, knallt dann rein. Ja, ich wurde gedreht von Benz in Kurve 1. Geil. Ah, LFM-Daddy ist einfach das Beste, was es gibt auf diesem Planeten. Ich meine nur, dass dann jetzt hier noch so ein Toastbrot, der auch schon komplett fritter ist, wenn es einfach wieder in Kurve 1 stupp drauf fährt. Vielleicht hat er sich ein paar Streichhölzer vorher durch die Augenbrauen gezogen oder so und hat nichts gesehen. Ich weiß es nicht. Immer noch anders als ein Auto zu fahren, was fährt. Ich kann das nicht mehr. Ich hab zu viel Gritwärts. Was macht ihr denn? Der ist da reingefahren. Junge, das Rennen geht doch noch nicht los, Alter. Wir reden über Gambal, sein Mikrofon. Gambal könnte sich halt wirklich mal ein neues Mikrofon besorgen. Er hat ja jetzt Sponsoren. Vielleicht kann er da ja mal fragen. Gambal, tu uns doch bitte einfach mal einen Gefallen. Kannst du mal fragen, ob du über dein Team jetzt ein neues Headset bekommen könntest? Das wäre wirklich total schön. Wirklich. Das ist nämlich eine Qual. Salto, Überschlag, tot und verdirbt. Digger, ich auch. Ich bin in dir drin. Digger, ich auch nicht. Junge, dieses Auto ist so kacke. Aua, was mache ich denn hier? Ich bin ein absoluter Zollerbot geworden. Ich bin schon wieder gestorben. Heute bekommen wir die fahrerischen Qualitäten einer katalanischen Mauer. Ich bin gerade langsamer als mit meinem Bruchauto. Ich bin schon wieder gestorben. Junge, was ist das? Was ist das Wiederschaden? Ich bin wieder eingermatt in der Schikane. Was ist das? Was fahren wir? Aber du musst doch bei zweimal merken, das geht nicht mit dem Körb und das dann nicht mehr machen. Ich will nicht mehr, ich kündige. Ja, der Ferrari ist auch gestorben. Ich bin wieder gestorben. Ja, ich starte vom letzten Platz. Vorbei. Ich starte, ich muss vom letzten Platz starten. Ich habe keine Runde mehr bekommen. Ich bin gestorben. Jede Runde. Ab die Fahrt, Junge. Wir haben schon eine Position gegamed. Ab die Fahrt. Ja, Digga, ich habe schon eine Runde mehr vermeiden. Jo, der, ja, moin. Ich habe schon wieder Heckschaden. Ich glaube, wieder einer draufgetrommelt. Fünf Sekunden Heckschaden. Digga, du warst doch letzter, hä? Ja, Junge, Alter. Ich habe doch schon ein paar Positionen gemacht, du Backfisch. Digga, ich bleibe jetzt fünf Runden letzter, oder was? Vielleicht werde ich auch letzter. Ich bin tot. Digga, ich verstehe es nicht. Egal, wie ich da rumfahre, ich bin tot. Was machst du? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß doch auch nicht. Ich versuch ja schon alles, aber ich flipp einfach nur wie ein Flummi und verrecke. Ich spüre dir, ich bin gerade genauso durchgefahren wie die Runde davor. Und nix ist passiert. Gar nix. Ich habe Angst. Jo. Ich habe mich irregerät. Ich habe überlebt. Erfolgserlebnis. Four crashes in the Shikane. Exactly this Shikane, which is coming on. Oh, we get shot. It's been around again. Weißt du, was gerade passiert ist? Ich wurde gerade wieder komplett abgeschossen. Keine Ahnung. Hinter mir waren wieder zwei frituösen Höcke, die wieder die Bremse nicht gefunden haben. Aber Lambo und Porsche die letzten Tage waren schon ein Krampf. Vor allem gestern, Alter, wo ich 55 Gehirnzellen verloren habe. Junge, du blockerst. Junge, dann pumpst du auf den mich halt, bis er den anderen dran sitzt im Kek. Was ist er denn für einen Zigaretten-Schmuggler? Er hätte auch das goldene Toast ohne Butter gewonnen. Ich habe Porsche-Torpedo. Noch ein Torpedo. Jucke. War er da? Noa? Scheiße. Ja, ich komme auch durch. Nein, okay. Ja, oh Mann, was ist der viel. Aber egal, ich habe eine Warning bekommen. Ich habe eine Warning bekommen. Jetzt ist das in Ordnung. Komm, fahr du Post-Bote jetzt. Jo, wie spät. Jo. Oh, Knuddelmonster ist da, äh, ist da, äh, äh, what? Gerade gesehen. Das ist interessant. Eie, ja, lol. Ich habe den Lambo gemacht, ich habe mich gedreht in der Schikane. Hat mir das also auch abgehackt? Jo, ich bekomme nur eine zweite Warning. Ich habe Dauer. Digga, ich bin in der Boxen, der Fahrrad eingehackt. Ich bin in der Boxen, der Fahrrad eingehackt. Und ich habe einen SG, ich habe den Pitlimiter nicht reingehackt. Nein! Let's go for Gumball, wooo! Nein! Och Mann! We have a stop-and-go penalty. Auto Nummer 9 SG. Es kracht. Wer das wohl ist? Auf Süß nochmal 30 Sekunden parken. Scheiße. Und Box die dritte. Eigentlich fahre ich hier nur so oft durch die Box, weil ich das beneide, dass man hier im zweiten Gang durchfahren kann. Jetzt haben wir aber wieder ein paar Gutsche, ne? Und noch eine hinterher. Joooo! Ping! Jo, Final Warning! Ping! Nein! Es gibt minus 120.000 Elo. Junge, die... Nicht mal die Boxen-Crew hat Bock auf mich, die ist nicht mehr da! Oh mein Gott! Ihr... Nichts-Könner! Boah! Du hast ja DT! Weil keiner irgendwas fahren kann! Achso! Pfff! Hahahaha! Keine Ahnung! Profi! Ist übrigens E-Sportler, ne? E-Sportler! E-Sportler, by the way! E-Sportler, by the way! E-Sportler, by the way! Ich hab geschimpft! Ich hab gedacht, ich hab SG30, ich hab da geparkt, hab gesagt, Junge, nicht mal die Crew hat Bock auf mich! Ich hatte nur den DT! Digga! Ah P stor! Möamn! Ach! Rafft Euch doch mal! Yo! TC2! Kann man machen? C war nur aus. Hoch! Da war was. Das ist, dass ich grad nicht auf dem anderen Auto war. Hoppala. Oh, oh. Oh! Oh, fuck. Dann bin ich gesetzt. Ja, wir sind komplett im Arsch. Also wirklich komplett im Arsch. Ich glaube, da geht nix mehr. Ich muss reparieren, reparieren, das passt schon. Wie der McClebe weggeflogen ist. Die Reifen, Alter. Holy moly. Was ist das denn? Das bringt Sascha, du hast einen so hart getötet, dass die Reifen weggewobbelt sind. Geschwabbelt. Das hab ich auch noch nie gesehen. Wow! Das ist das Rätsel zur Lösung. Die Reifen können nicht nur auf und ab schwingen, sondern auch links und rechts. Doch, muss halt so schnell. Aach. Did, 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 did. was war da los bei Gambal am Ende ok also ich hab noch nie jemanden so oft die Zoller Schikane nicht treffen sehen aber ich weiß nicht wie so der aktuelle Zustand der Autos ist ob das schwer ist da durchzufahren aktuell weiß Braut was sie da angestellt haben ich glaube so dieses das ist so diese diese Zeit wo sie das nicht so ernst nehmen das Fahren ich glaube wenn es darauf ankommt dann ist das nicht mehr so schlimm Rippchen Junge absolutes Rippchen mein lieber Herr Gesangsverein